Das kommt mir aber paradox vor, sagt man ja tagtäglich im Alltag, aber auch in der Werkstofftechnik wird dieses Paradoxon, dieser Begriff Paradoxon verwendet. Wir haben hier verschiedene Fälle. Vier Paradoxon, die in der Werkstofftechnik ihre Anwendung finden und zwar das erste Paradoxon des festen Werkstoffs nach Zwicky besagt, die wirkliche Festigkeit eines festen Werkstoffs ist sehr viel niedriger als die theoretisch errechnete. Das gilt für alle Feststoffe, ausgenommen sind hier Whisker und Whisker, das sind ganz dünne Schichten, mikrometerdicke Schichten mit mehreren Mikrometern Länge. Das zweite Paradoxon ist das Paradoxon der Fadenform nach Griffith, der hat das hier formuliert und zwar dieses besagt, ein Werkstoff in Faserform hat eine viel höhere Festigkeit als in anderer Form. Das bezieht sich dann auf Faserwerkstoffe. Je dünner die Faser, umso höher die Festigkeit. Das dritte Paradoxon ist das Paradoxon der Einspannlänge und das besagt, je kleiner die Einspannlänge, desto größer ist die gemessene Festigkeit einer Faser oder einer entsprechenden Probe. Und als viertes Paradoxon in der Werkstofftechnik, was ihr auf jeden Fall wissen solltet, ist das Paradoxon der Verbundwerkstoffe nach Slater. Verbundwerkstoffe sind ja Kombinationen von zwei Komponenten, wo ich versuche immer das Beste aus dieser Kombination hervorzukitzeln, was jetzt ein Werkstoff alleine nicht bieten kann. Dementsprechend gilt, ein Verbundwerkstoff kann als Ganzes Spannung aufnehmen, die die schwächere Komponente zerbrechen würde, während von der stärkeren Komponente im Verbund ein höherer Anteil seiner theoretischen Festigkeit übernommen werden kann, als wenn diese alleine belastet würde. Also, diese vier Paradoxon gelten für die Werkstofftechnik, solltet ihr auf jeden Fall mal gehört haben und wenn ihr euch das merkt, wisst ihr bei gewissen Anwendungsfällen, dass diese Gesetzmäßigkeiten gelten und wenn ihr auch mal eine Berechnung anstellt und die Werte kommen nicht hin, dann ruft euch wieder diese vier Paradoxe ins Gedächtnis und dann werdet ihr schon sehen, ihr kommt am Ende zu einem richtigen Ergebnis. So viel von meiner Seite, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ciaoein. t W